Mahlzeit! Da sind wir wieder auf den Brutmythos-Inseln. Ich hab keinen Plan, was wir letztes Mal gemacht haben. Ich war auch zu voll zum Nachgucken. Deswegen lasse ich mich jetzt überraschen. Und wir gucken jetzt einfach mal, was Argos für mich bedeutet. Was bedeutet Argos für euch? Viele Draener erinnern sich wahrscheinlich nicht mehr an unseren Heimatplaneten. Oder kennen ihn überhaupt nicht. Dort trennen wir uns von den... Was? Man? Ari? Wie? Unsere verdorbenen, dämonischen Abbildern, die von Zagoras gedacht wurden. Sie selbst nennen sich Irida? Oder Irida? Dieses Wort hatte einst eine Bedeutung. Scheint für das Wort förmlich zu schmecken. Widerlich. Lasst uns nicht noch mehr Zeit verschwenden. Sucht nach Verteidiger Boros, damit ich mit der Ausbildung beginnen kann. So. Möge eure Familie gesehen. So, nicht wundern, ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich hoffe, das hört man nicht so doll. Aber ich wollte unbedingt weitermachen. Weil sonst komme ich hier überhaupt nicht voran. Und das wäre natürlich schade. Ich möchte das nämlich unbedingt fertig machen. Äh. Auch wenn ihr nur eine Sache auf der Blutmythos-Insel gelernt habt. So ist es hoffentlich Wachsamkeit. Diese Insel fordert das Leben der ersten Unachtsamen ein. Und verschont danach selbst die wachsamen Krieger nicht mehr. Oh. Wohin ihr auch geht, es wird immer ein Todfeind auflauern. Okay. Gut. Von den Kristallen lernen. Willkommen auf der Blutwacht, Schamanen. Meine hauptsächliche Sorge gilt der Verteidigung des Außenposten. Aber unsere Anführer bei der Exoda haben mir auch zahlreiche andere Pflichten beantwortet. Oder so. Das Problem ist nur, dass es eigentlich zu unsicher ist, eine große Anzahl von Forschern einzusenden, wenn die Insel so gefährlich ist. Ich bräuchte jemanden, der mich eine Reihe von Kristallproben von verschiedenen Stellen der Insel einsammelt. Sollte kein Problem sein. Die erste Probe muss von den Freis- Was? Felshetzern besetzten Schiffstrümmern kommen, die südlich des Dorfes und auf der anderen Seite der Brücke liegen. Ja. Sollten wir, denke ich, mal hinkriegen. Ich habe sogar extra eine Spitzhage gekriegt. Sprecht zu der Hand. Die Hand von Argos hat uns Verteidiger Ruhe einen Vorposten eingerichtet. Allerdings sind sie dort den Blutelfen und auch der Wildnis zahlenmäßig weit unterlegen. Ihre Proben... Was? Achso, Proben. Ihre Posten drohen ohne Verstärkung bald den Fall und somit wir... Was? Was? Äh, den Fall. Und somit würden wir eine Ereignisse bei der... Was? Vektor Spule nicht länger im Auge behalten können. Er stattet Speren... Joril... Joril... Joril oder so. Bei Verteidiger Ruhe im Nordwestenbericht. Und bietet hier eure Hilfe an. Dionys Acker. Dionys Acker. Was werden wir jetzt einfach mal auch gleich direkt machen. Aber erstmal gucken wir, was wir hier noch für kleine Aufgaben haben. Ähm, weil wir haben hier ja noch ein paar mehr Leute, die uns gerne mit Aufgaben überschütten. Als ich hier reingekommen bin, habe ich gedacht, Leute, habt ihr keine Hobbys? Wieso? Ich glaube, ich gehe tatsächlich erstmal hier hin. Einfach, weil er dich da dran ist. Öffnet euer Herz dem Licht. Öffnet euer Herz dem Licht. Ja. Willkommen in der Blutwacht, Schamanin. Während meiner Reisen habe ich eine Vielzahl unterschiedlicher nützlicher Gegenstände. Oder auch nicht. Gut. Dann gehen wir erst woanders hin. Dann gucken wir mal, was der Verteidiger sagt. Irgendwas wird fallen. Das ist aber nicht nett. Wir gehen hier mit Optimismus an das Spiel. Was wir wissen. Wir haben in den vergessenen Tagen viel über unsere Feinde gelernt. Die Blutelfen werden von einer gewissen, was? Sironas angeführt. Und haben vor, uns zu zerstören. Letztendlich wollen sie die, was? Die Ornos versklaven. Und wieder die Kontrolle über die Exoda gewinnen. Dem Licht sei Dank konnten wir ihre Versorgungszufuhr abschneiden. Indem wir das Sonnentor zerstörten. Sie verwenden jedoch die Vereinigung der Vektorspule, um das Land zu vergiften. Und so nutzen, was? So? Meine Fresse. Und nutzen somit dessen mutagene Eigenschaften zu ihrem Vorteil. Admetius hat den Grund dieser Information einen Plan ausgeklügelt. Er geht zu ihm. Hier werde ich auch von A nach B geschickt. Kann das sein? Das ist nicht nett. Wieso? Fettenleser. Die Naru haben uns nicht vergessen. Gott, wieso habt ihr alle so viele Aufgaben? Ihr habt einfach nichts zu tun. Die anderen blicken auf das Land und sehen nur Tod. Verderbten und Elend. Natürlich gibt es hier was reichlich davon. Doch bringt diese Sichtweise die Gefahr, dass man auch die Gelegenheiten übersieht, die diese Welt zu bieten hat. Ich werde nicht einfach so dastehen und diese Möglichkeiten in Vergessenheit über was beantworten. Was? Egal. Mit eurer Hilfe werden wir den anderen in der Tat was in der Blutwacht zeigen, wie sie die Lebensweise und Wildnis dieser Gegend für sich nutzbar machen können. Irgendwie bin ich gerade tatsächlich zu bescheuert zum Lesen. Und wir haben noch nicht mal 6 Minuten gespielt oder sowas. Würgeranken. Ein guter Förster findet jeder der vorhandenen Ressourcen eine Verwendung. Auch die skurrilsten Kreaturen besitzen Eigenschaften, die wir zu unserem Vorteil nutzen können. Da die Blutwacht ständig von den Sonnenfalken angegriffen wird, suchen wir nach einer Vielzahl nützlicher Verteidigungsmechanismen, die auch als Fallen dienen können. Die dornigen Ranken der Peitscher eignen sich perfekt für den Bau von Fallen, die meiner Vorstellung entsprechen. Die Kombination von scharfen Dornen und tödlichem Gift wird unachtsame Angreifer ausschalten und bringt mir Ranken von mutigen Würgern, damit ich mit der Arbeit beginnen kann. Ja, gut, werde ich machen. Ich hoffe, dass ich mich damit nicht selber vernichten werde. Was? Wer darf's Güter? Oder so? Ja, egal. Ihr liest es selber. Seit ihr auf der Blutmythosinsel seid, habt ihr sicherlich nur wenig gesehen. Ja, weil ich gerade erst angekommen bin. Dass sich... dass es nicht... Was? Dass sich nicht aufgrund unserer Ankunft verändert hat. Meine Ausbildung und Erfahrung haben mich gelehrt, dass sogar die Erzeugnisse einer derartigen Umgebung von Nutzen sein können. Mit so wenig Ressourcen müssen wir uns auf unseren Einfallsreichtum verlassen, Gottes Willen, um versorgt zu sein. Ich habe unsere Läden mit Fleisch ausgestattet, das von Bären stammt, die auf dieser Insel herum umherstreifen. Wenn man sie richtig zubereitet, kann es bedenkenlos verzehrt werden. Solltet ihr da draußen unterwegs sein, so helft uns doch bitte, unsere Vorräte aufzufüllen. Lasst stets Barmherzigkeit walten. Lasst stets Barmherzigkeit walten. Ja, gerne. Bären töten. Hier läuft noch anderes Fleisch rum. Jeder Tag ist ein Segen. Und jeder Tag ist ein Segen. Ja, wenn man nicht erkältet ist. Pilzsammlung von McAree. Habt ihr gewusst... Ich muss gerade an meine Oma denken. Mit ihr wollen wir immer Pilze sammeln. Habt ihr gewusst, dass... Was? Das... Habt ihr gewusst, dass das Sammeln von Pilzen gefährlicher als der Verzehr von Pilzen ist? Okay. Pilzsammler begeben sich ins Unbekannte. Dazu kommen noch Gefahren in der Wildnis... Äh, die in der Wildnis lauern. Ja, okay. Macht auch Sinn. Was wäre das Leben ohne ein paar Wagnisse? Ich benötige Pilze für meine Sammlung. In dieser unerforschten Natur werdet ihr vier Arten finden. Äh, Wasserstinkmeuchel, Blutpilz ruinierter... Was? Ruinöser Birkensporling oder so. Und Teufelszapfenfungus. Sie sind einzigartig. Und unterscheiden... Was? Und unterschiedlichen Gebieten. Der Blutmütters Insel. Bitte bringt sie mir. Gute Reise. Ja, gute Reise. Oh Gott, ich hab hier immer noch so viel. Gut, 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 gut. Aber hier hinten war ein Flugmeister. Den... Entschuldigung. Ähm. Den werden wir jetzt als nächstes aufsuchen. Alleine, damit wir den Flugpunkt haben, falls wir von woanders... Ähm... Gleich... Oder später... Gleich wieder hierher fliegen können, damit wir die Strecke eventuell nicht laufen müssen. Und ein Zwerg! Schön, euch zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen. In all den Jahren als Mitglied der Forscherliga war ich schon überall in Azeroth. Aber nie zuvor habe ich etwas wie die Blutmütters Insel gesehen. Die ist sehr, sehr offensichtlich zu sehen. Du bist von der Forscherliga. Jippie! Jippie! Forscherliga! Für Gnome geeignet. Kindermädchen? Glaubt ihr das? Oh, vielleicht. Äh... Sie haben mich von einer vielversprechenden Grabung abgezogen. Und mit... Äh... Dysos... Expedition fortgeschickt. Um das Kindermädchen für diesen kleinen Gnom zu spielen. Was für ein Gnom habe ich mich hier verguckt? Ich habe noch nie von einem Gnom gehört, der Ausgrabungsleiter werden wollte. Ihr etwa? Ja, warum nicht? Wer weiß, vielleicht möchte ich ja nachher Anführerin von... 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 Von den Drenai werden oder so. Oder vielleicht möchte ich doch Anführer von den Menschen werden. Oder was weiß ich. Hm... Anscheinend nehmen wir jetzt auch Gnome in dieser. Ist wohl besonders von Molox fasziniert. Achso. Hä? Ich habe den Satz gerade nicht hingekriegt. Egal. Nun gut. Er ist losgezogen und hat sich in einem alten Schildkrötenpanzer an der nördlichen Küste der Insel eingerichtet. Geht und seht selbst. Äh... Wenn ihr mir nicht glaubt. Man sieht sie. Kurz gesagt hat er keine Lust zu gucken. Ähm... Alles klar? Habe ich jetzt irgendwas? Ich hoffe, ich habe jetzt selber nichts getriggert. Anscheinend nicht. Attacke! Tschüss! Wir nehmen jetzt einfach mal hier den merkwürdigen Wandersmann als nächstes. Hetzlich gegrüßt. Hetzlich gegrüßt. Dringende Nachricht. Äh... Ja, ich bin, Anushka. Äh... Es wird auch Zeit. Ich war gerade dabei, die Suche nach euch aufzugeben. Ja, als ob du rennst hier die ganze Zeit im Kreis, mein Freund. Beim... Was? Beim Briefkasten wartet eine dringliche Nachricht auf euch. Die Person, die... Sie mir übergeben hatte, war ein Admira. Der Mensch schon von der Azumüttersinsel. Admira... Das hier irgendwas, ja. Der Name ist mir entfallen. Ja, das glaube ich. Er sagte, ihr würdet wissen, wer er sei. Also heißt es jetzt zum nächsten Briefkasten. Ja, ich... Ich werde gezeigt, dass ich... Post habe. Wo ist denn hier der nächste Briefkasten überhaupt? Ich habe keinen Plan. So. Okay, das wird sich schon ergeben, wenn wir hier den nächsten Briefkasten besitzen. äh, haben. Ein Krieger. Ein... Was auch immer, Krieger. Du siehst sehr, sehr merkwürdig aus. Ein leeren Elf. Ist das eine neue Rasse? Weil ja, demnächst kommt ja... Was auch immer. Alles klar. Ich glaube, ich sollte mal demnächst mal noch mal ein bisschen rumspökern. Leere. Das Glück sei mit euch. Alles klar. Okay, kenne deinen Feind. Es ist gut, neue Geschichten... Was? Es ist gut, neue Gesichter hier bei der Blutwacht zu sehen. Äh, die Blutelfen stellen zwar die derzeit größte Bedrohung für uns dar. Jedoch gibt es noch andere finstere Kreaturen, die die Blutmütters immer zu ihrem Zuhause gemacht haben. Die Saturn und die Nazivus... Beunruhigen uns besonders. Es sind üble, dämonische Kreaturen, die dunkle Magier... Was? Die dunkle Magien beherrschen. Und sich an der Verderbnis nähren, die der Absturz der Exoter verursacht hat. Ah, das ist nicht gut. Wir müssen sie in Schach halten. Aber bevor wir handeln, gilt es dennoch mehr über sie in Erfahrung zu bringen. Geht nach... Äh... Na wie... Was? Nazivian oder so im Westen und versucht, so viel wie möglich von den grotesken Blablabla zu hören. Okay, warte, hier war doch noch einer. Hä? Achso. Oh, hier ist sogar gleich ein Briefkasten. So, gesucht. Todespranke? Okay. Auf Anweisung von Herold Mikolas. Alles klar. Man wird denjenigen ein Kopfgeld von 18 Silber auszahlen, der den Beweis für den Tod des räuberischen Bären Todespranke erbringen kann. Todespranke wird als besonders gefährlich eingestuft und ist für den Tod eines Vermessungsteams an der Küste im Nordwesten der Blutwacht verantwortlich. Reise werden angehalten, diese Gegend zu meiden. Okay. Ja gut. Dadurch, dass ich jetzt... Ich spiele ja... Mein Account ist ja nicht aktiviert. Ähm... Kann ich natürlich keine Post einsehen. Ist ja richtig geil. Ähm, daher wird diese... Quest... Ähm... Ungelesen bleiben. Ist dann halt so. Tut mir leid, dann wird diese dringliche... Angelegenheit halt nicht vom Tisch genommen. Weil... Pech. Seid gesegnet. Jetzt hab ich total vergessen, dass das so ist. So, jetzt brauchen wir sich aber einen Schluck trinken, sonst krieg ich gleich einen Massenunfall. So. Seit dem Absturz ist so viel passiert. Wenn ich mich an meine Zeit in der Exota erinnere, scheint das in einem anderen Leben gewesen zu sein. Mein Leben heute beschränkt sich auf diese Insel. Mit ihren mutierten Kreaturen und dem endlosen Strom an Blut... Was? Was? Blutelfen... Agenten oder so. Achso, Blutelfen. Oh Gott, bin ich dämlich. Bald wird es mir vorkommen, als hätte ich nie etwas anderes gekannt. Tja. Kurz geschnappt. Könnte natürlich sein, ne? Aber man kann sich doch eigentlich auch an das sein, was man vorher schon gemacht hat. Naja, wenn du an nichts anderes denken möchtest, dann lass es so. Kurz geschnappt. Die Murlocs der Schwarzschlammküste an den südwestlichen Küsten sind merkwürdige Kreaturen. Wen sagst du das? Oft verhalten sie sich nach einem richtigen Verhaltungsmuster. Manchmal legen sie sich erstaunliche Organisationsgeschick an den Tag. Ich folge ein paar Theorien, die belegen können, dass sie das zustande bringen, bis vor... Was? Dass sie das zu... Wie sie... Egal. Bis vor... Gottes Willen. Bis vor kurzem konnte ich das Ganze jedoch noch nicht untersuchen. Ich habe eine Methode entwickelt, die es mir ermöglichen wird, die für mich interessanten Murlocs im Auge zu behalten. Ohne ihnen dadurch langfristigen Schaden oder ihr natürliches Verhalten zu zerstören. Wenn ihr mir bei der Anbringung der Sender behilflich sein wollt, werde ich euch gerne für eure Unterstützung bezahlen. Ja, warum auch nicht? Suche nach... Gal... Galiri... Gal... Was? Galain oder so? Senkt ihr oft... Achso, senkt. Mhm. Denkt ihr oft an eure Familie? Ja. An... Also jeden Tag einmal kurz. An Bord der Exeter befanden sich einige Familien, aber ich habe nur... Was? Aber ich habe von sehr wenigen gehört, die sich nach dem Absturz wiedergefunden haben. Ich suche zum Beispiel nach Spuren von einem Mann. Äh... Galain oder so. Er war Techniker in... Kryo-Kern. Die Trümmern davon wurden im Westen gefunden. Allerdings wimmelt es dort so vom Blutelfen. Ich muss wissen, was Galain zugestoßen ist. Selbst die Nachrichten von seinem Tod wären noch besser als diese Ungewissheit. Äh... Mein Mann trägt den gleichen Anhänger wie ich. Sie... Was? Sie waren ein Geschenk meiner Schwester. Ah. Gute Reise. Hm. Ja, okay. Gut. Dann werden wir auch noch einen Toten suchen. Naja, ob er tot ist, weiß ich nicht. Aber die Ungewissheit ist tatsächlich schrecklich. Hm. Forschungsreise in den Tod. Alter. Ich habe hier echt einen halben... Ich glaube dem Part hier, das ist nur Quest annehmen und möglichst überleben. Forschungsreise in den Tod. Vor etwa einer Woche war ich mit meinem Forschungsteam auf einem Erkundungstrupp im Westen der Blutmythosinsel, als wir plötzlich von blutrünstigen Spinnen angegriffen wurden. Die Auswirkungen der Kristallverseuchung waren unerkennbar, da diese Spinnen extrem groß und aggressiv waren. Ich schaffte es zu fliehen, aber mein Team hatte nicht so viel Glück. Wir durften... Was? Wir dürfen nicht zulassen, dass andere das gleiche Schicksal ereilen. Geht nach Westen zum Goldweberpass und vernichtet die Spinnen und ihre... Was auch immer. Mögen eure Tage lang und eure Mühen gering werden. Ah. Dieser Part ist tatsächlich nur dafür da, die ganzen Quests anzunehmen. Hm. So, mein Freund. Was hast du hier Schönes? Neue Verbündete. Wollte ich ja eben annehmen, ging ja aber nicht. Ähm, Herod Mikolas... ... oder Mikolas... ... hat bei der Sicherung der Blutwacht äußerst lübliche Arbeit geleistet. Allerdings sind unsere Feinde zahlreich und Ressourcen gering. Unsere Gegner kennen unsere Schwäche nur zu gut. Aber sie haben dabei nicht an eure Verbindung zu den Streitkräften der Allianz gedacht. Ich habe ein voll... Was? Ein Vorstellungsschreiben für Aubertin vorbereitet. Äh, der nächstgelegene Siedlung... Der Allianz. Ich bin grad total verrutscht. Indem ich eine Zusammenarbeit im Kampf gegen unsere Familien... Ähm, Familien... Irgendwie kriegt ihr den Scheiß hier nicht zusammen. Unsere Feinde vorschlage. Nehmt das Schreiben an euch und sucht Jägerin Keller... ...Nachtbogen auf. Sie befindet sich in der Nähe des Docks westlich von Exodar. Meine Fresse, ich krieg das. Ihr habt das hier überhaupt nicht geschissen gekriegt. Okay, dann fangen wir dann einfach mal questtechnisch einfach von oben an. Aber ich würde sagen, das machen wir dann auch tatsächlich erst im nächsten Part. Diese Queste, also... Blr! Dieser Part bestand echt nur daraus, alles anzunehmen. Und zu überleben. Tja. Okay, gut. Dann werden wir im nächsten Part definitiv alles abarbeiten. Naja, alles nicht, aber vieles. Machen wir uns dann einfach mal an die Arbeit. Wie sieht denn überhaupt die Karte aus? Siehste. Voll überall zu tun. Aber das soll uns nicht hindern, unsere Aufgabe zu beenden. So. Okay, gut. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi! 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 Vielen Dank.